Bis bald, brave, hard, live. All your best. Ist die Dixie-Meile für euch aufgebaut, da können wir es dann gleich wieder wegtreten. Vielen Dank für die Einladung. All your best. Best für euch. Wir haben hier eine Wahnsinnskonkurrenz. Wir haben hier eine Weile für einsteigen, zu den Hotspots fahren, zum Drei-Tunnen-Lift, zum Gasthof Rot oder in die Stadtbescheidung sein. Und dann die Hindernisse, wo die meisten Hindernisse sind, aufgebaut sind, hinzufahren.